Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick von MotorradOnline.de. Die interessantesten Themen der Woche fassen wir hier für euch zusammen. Als aktuellen Themenschwerpunkt haben wir diesmal Motoren. Von Zweitakt bis Viertakt von noch geheimen Neuentwicklungen der Hersteller bis hin zum sensationellen Eigenbau. Und auch neue Elektromotoren für Geschwindigkeiten von 25 kmh bis zu 200 kmh. Los geht's mit dem Hammer der Woche. Mit einem Eigenbaumotor. Der hat fast 1200 Kubik Hubraum und das mit nur einem Zylinder. John Elwood hat diesen XXL Single selbst konstruiert und gebaut. Bei sich zu Hause in Stockholm hat er die Teile selbst gegossen und selbst gefräst. Er nennt das Riesending Hybrid, womit er darauf anspielt, dass der Viertakter mit Zweitaktmischung läuft. Und mit eingebautem Kompressor. Bei jeder Abwärtsbewegung verdichtet der riesige Kolben mit 116,5 mm Durchmesser die Ansaugluft. Über drei Membranventile gelangt die Luft ins Kurbelgehäuse und über ein weiteres Membranventil in einen Druckluftspeicher unter dem Sitz. Von dort aus dann über einen Ladeluftkühler und das Saugrohr mit vier Einspritzdüsen zum Zylinderkopf. In dem, Achtung, nächste Besonderheit, ein einziges maximal großes Ventil rotiert. Ein Fenster in diesem Drehventil gibt abwechselnd den Einlass, den Auslass oder die Zündkerze frei. Das Feintuning dieses höchst erstaunlichen 1200er Einzylinders läuft derzeit noch. Natürlich auf John Elwoods Eigenbauprüfstand. Startup! Ein kurzer一 Angepeilt sind 150 PS bei nur 6000 Umdrehungen. Ein Getriebe braucht die Elwood 1200 übrigens nicht, nur eine besonders strapazierfähige Kupplung. Auch das Drumherum hat John Elwood weitgehend selbst gebaut. Sein Super-Mono-Racer kommt trotz XXL-Single ziemlich schlank daher und wiegt nur ca. 165 Kilo. Den Gitterrohrrahmen hat John kombiniert mit der Gabel und der Einarmschwinge von einer 125er Zweitakt-Aprilia. Und auch die Elwood 1200 qualmt aus dem Auspuff. Aber sie klingt dabei ein bisschen anders. Vergleichsweise unspektakulär erscheint da die Motorenentwicklung bei KTM. Technische Zeichnungen sind aufgetaucht, auf denen der bisherige Reihenzweizylinder von KTM, der Liquid Cooled 8-Ventil-Kompakt, kurz LC8C, den wir als 790er und als 890er kennen, zusammen mit seinem Nachfolger zu sehen ist, der wahrscheinlich ab 2024 als 990er kommt. Für die Duke und die Adventure, aber auch für die besonders sportliche neue RC 990, von der uns ja schon R-König-Fotos vorliegen. Bis zu 140 PS dürfen vom neuen 99er KTM-Twin erwartet werden. Technische Zeichnungen sind auch von Piaggio aufgetaucht. Am Beispiel des V4-Motors von Aprilia ist da eine variable Ventilsteuerung zu sehen, die ähnlich aufgebaut ist wie das VVT-System, das wir von der Suzuki GSX-R1000 kennen. Also mit einem Fliehkraftmechanismus an der Einlassnockenwelle. Statt zwölf Kügelchen wie bei Suzuki sollen hier drei Kugeln zum Einsatz kommen, die dann je nach Drehzahl die Einlassnockenwelle gegenüber der Auslassnockenwelle verdrehen und somit die Überschneidung der Einlassventile und der Auslassventile variieren. Für mehr Durchzug bei niedrigen Drehzahlen und trotzdem auch mehr Leistung bei hohen Drehzahlen. Und für strengere Abgasnormen. Obwohl die Zeichnungen den V4-Motor betreffen, könnte diese variable Ventilsteuerung in Zukunft bei verschiedenen Motoren von Aprilia, Moto Guzzi und Piaggio eingesetzt werden. Eine Motorradmarke, die inzwischen nur noch in den USA aktiv ist, muss sich über Euro 5 und so weiter keine Gedanken machen. Gemeint ist Buell, eins gegründet von Eric Buell, doch der ist nicht mehr an Bord. 2023 soll die neue Buell Bacha 1190 Dune Racer kommen. Eine Enduro, sogar eine richtig sportliche Enduro. Abgeleitet wird sie von dem Hillclimber, mit dem Buell die US-Meisterschaft im Hillclimbing gewonnen hat. Daher auch die auffällig lange Hinterradschwinge. Doch jetzt wieder zum Thema Motor. 185 PS soll die Enduro von Buell haben. Der wassergekühlte 1190er V-Twin wurde ursprünglich von Rotax in Österreich entwickelt. Mittlerweile wird er aber in den USA gefertigt. Für die leichte Sport-Enduro steckt da jedenfalls mehr als genug Power drin. Ebenfalls in den USA, im relativ umweltfreundlichen Kalifornien, sollte Anfang Januar das erste Elektromotorrad von Honda präsentiert werden. Bei der traditionellen Neujahrsfeier Rose Parade im Großraum Los Angeles. Tatsächlich stand die Elektro-Horne dann auf dem bunt geschmückten Umzugswagen von Honda. Allerdings sah sie noch nicht ganz fertig aus. Sie bestand aus Bastelschaum. Schon viel konkreter sind die neuen Elektromofas von Honda. Die heißen DAX-E, Cup-E und Sumer-E und die sollen schon bald in den Handel kommen. Zunächst in Asien. Zwar laufen die Elektro-DAX und die Elektro-Cup nur 25 kmh, doch schnellere Ausführungen könnten folgen. Und die Hornet-E, von der erwarten wir mindestens 15 PS für die Kategorie Leichtkraftrad. Naja, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr. 204 PS bzw. 150 kW gibt der finnische Elektromotorradhersteller Verge für sein neues Topmodell TS-Ultra an. Mit dem speziellen Elektromotor direkt im breiten Hinterrad integriert. Radnabe und Felderringbremse haben 15 Zoll Durchmesser. Der 240er Hinterreifen hat 17 Zoll Durchmesser. Und dazwischen befindet sich der elektrische Antrieb. In nur 2,5 Sekunden soll die TS-Ultra aus dem Stand auf 100 kmh beschleunigen. Mit unglaublichen 1200 Nm Drehmoment. Erst bei 200 kmh wird abgeregelt, um die Akkus zu schonen. Die sollen dann angeblich in nur 25 Minuten wieder aufgeladen werden können. Und angeblich bis zu 375 km Reichweite ermöglichen. Erfahrungsgemäß sind da Zweifel angebracht. Schließlich bedeutet das englische Verge auf Deutsch unter anderem Seitenstreifen. Doch dass die Verge TS mit ihrem einzigartigen Konzept funktioniert, das konnte ich bereits bei einer kurzen Probefahrt ausprobieren. Immerhin bis 180 kmh. Obwohl das breite Hinterrad mitsamt Antrieb ca. 50 kg wiegt, ist das Handling erstaunlicherweise nicht so sperrig, wie ich das erwartet hatte. Das fühlt sich nicht viel anders an, als auf einem anderen, leistungsstarken Naked Bike. Und die Beschleunigung direkt aus dem Stand ist wirklich heftig. Heftig sind aber auch die Preise bei Verge. Das neue Topmodell TS-Ultra soll in Deutschland über 54.000 Euro kosten. So, das war er wieder, der Wochenrückblick von Motorrad-Online.de. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war er wieder, der Wochenrückblick von Motorrad-Online.de. Das war er wieder, der Wochenrückblick von Motorrad-Online.de.